Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Wenn Sie jetzt noch ein glattes Geschenk suchen, sollten Sie bei GOP mal vorbeikommen. GOP bietet Ihnen wie jedes Jahr tausend und eine Geschenkidee. Falls Sie jetzt eher noch etwas Praktisches suchen, wie wäre es zum Beispiel mit dem Satrap-Kaffeemat für 10 Tassen? Oder hätten Sie lieber einen Sandwich-Toaster? Oder den Brotröster von Satrap? Und wie gefällt Ihnen so ein praktischer Speicherplattenwärmer? Alle diese Satrap-Geräte offerieren Ihnen GOP jetzt übrigens auch noch zu einem besonders günstigen Preis. Spielsachen, die jedes Kinderherz höher schlagen lassen, finden Sie natürlich auch bei GOP. Herzige Baby und lustige Stofftier, schnelle Wäge, sogar ferngesteuert und unheimlich spannende Spiele für die ganze Familie. Viele Wünsche kann Ihnen aber auch Ihr GOP-Warenhaus erfüllen. In diesem Päckchen hier drin ist ein 6er Garnitur Cognac-Gläser. Sehr elegant ist auch das 7-teilige T-Service. Und der versilberte Kerzenleuchter passt sicher gut auf den Festtagstisch. Hübsch ist auch das Set mit Schurz und Küchentüchli. Sie sehen das im Besuch in Ihrem GOP-Center oder im GOP-Warenhaus. Der lohnt sich dann. Dort finden Sie bestimmt das passende Geschenk. Die weltweite Erfahrung und das technische Know-how der BASF haben die Chrom-Dioxid-2-Kassette zu den meistverkauften in Europa gemacht. Denn nicht nur das Abspielgerät, sondern auch das Band entscheidet über die Qualität von Aufnahme und Wiedergabe. GOP offeriert Ihnen die Chrom-Dioxid-2-Hifi-Stereokassette mit 60 oder 90 Minuten Spieldauer besonders günstig. Und das hier ist der Elektronikrechner Citizen Micro 10 mit seinen vielseitigen Rechenmöglichkeiten. Er hat eine gut lesbare Flüssigkristallanzeige und ist zusätzlich mit einem Drucker ausgerüstet. Im günstigen GOP-Preis sind übrigens gerade noch vier Langzeitbatterien inbegriffen. Aus so vielen verwöhnten Ländern kommen mondiale Früchte. Darum haben sie das ganze Jahr Saison und sind so beliebt für die Zubereitung von feinen Fruchtdesserts. Gerade jetzt offeriert Ihnen GOP vier verschiedene Mondialfruchtkonserven, besonders günstig. Auch in dieser Woche geht wieder ein neues GOP-Center auf, und zwar morgen Morgen in Pontresina im Kanton Grabünde. So, und jetzt schalten wir um in die Studioküche zum GOP-Rezept dieser Woche. Haben Sie Ihr Weihnachtsmühle schon geplant? Eine brotene Ente ist doch ein gutes Festessen. Wir haben die Ente aufgetaue, innen und aussen gut abgetrocknet, gesalzen, gepfeffert und die Sie jetzt mit Anken bestreichen. Auf dem Rost, während anderthalb Stunden, broten lassen. Nach der halben Brotzeit Ente kehren und von Zeit zu Zeit mit Schünen übergießen. Für die Soße haben wir das Fett vom Brotenschuh weggenommen. Mit einem Löschblatt geht das sehr gut. Geben wir den Most dazu und ein bisschen Rahm. Und lassen die Soße ein bisschen einkochen. In der Zwischenzeit haben wir gefiertelte, geschälte Apfel gedämpft. Die Ente wird zerlegt auf die Toastscheibe mit den Äpfeln garniert, angerichtet und die Soße separat dazu serviert. Wenn Sie es ganz fein machen wollen, können Sie die Ente noch flampieren. Das Rezept steht in der GOP-Zeitung ein gutes. So, das wäre es wieder einmal gewesen. Wir wünschen Ihnen weiterhin noch einen schönen Abend. Achten Sie aber noch auf die Aktionen, die gerade kommen. Es lohnt sich. Bis am nächsten Dienstag gibt es bei GOP Alle GOP ohne Kaffee an 250 Gramm 60 Gramm günstiger und 500 Gramm 1 Franken günstiger. Inkarom im Nachfüllbeutel statt 39 nur 7,50. GoP Mineralwasser 1 Liter statt 50 Gramm nur 40 Gramm. Kaffee Rahm 2 Deziliter statt 1,35 nur 1,15. Und 5 Deziliter statt 2,85 nur 2,40. Und nur morgen, übermorgen und am Samstag ein Aprikosen-Cake statt 4,20 gibt es nur 3,20. Moro Blutorange im Netz an 2 Kilo nur 2,30. Und in der Tragtasche an 4 Kilo nur 4,40. Auf Wiedersehen.